Freunde, was geht ab? Jetzt willkommen hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir eine Runde Alte 4, das Spiel. Für die, die es nicht kennen, ich werde so hart ragen. Ich will eigentlich das gar nicht spielen, aber irgendwie habe ich Bock drauf, weil es ein No-Checkpoint-Deathrun-Game ist, sozusagen, wie in Fortnite, Freunde. Ihr müsst Hindernisse überspringen, ihr müsst versuchen, nicht zu sterben und wenn ihr sterbt, müsst ihr alles von vorne anfangen. Ich werde ausrasten. Wenn euch das Ganze gefällt, immer gerne ein Abo dalassen. Ich habe gerade gespuckt beim Reden und ich würde sagen, wir legen los. Let's go. Digga, das Musik, das Lied triggert mich schon. Okay. Oh nein. Huff. Digga, ich habe nicht den ersten Jump einfach schon verkackt. Rosinante heißt das Huhn. Okay, aber wenn wir von hier springen, sollten wir das schaffen. Auf geht's. Digga, ich mache das Ding jetzt first try durch. Mich juckt nicht. Guckt euch das an. Der wilde Drizzle. Ach du Scheiße. Ich habe Angst. Ich lebe. Huff. Huff. Ich werde davon träumen. Boah, hier, guck mal, schon Speedrunner-Level-mäßig am Start. Okay, wir müssen jetzt einmal kurz überlegen. Wo bin ich am safesten? Ganz links. Wenn er nach links geht. Jetzt. Oh. Digga, Neon-Jump. Oh. Ich habe das Game einfach durchgespielt. Okay. Okay. Nein. Ich habe es. Ah. Oh. Okay, ich glaube nicht, dass man... Ich lebe! Bitte nicht! Bitte nicht! Och, ich war so weit, Mann! Mann! Wie mache ich das jetzt am besten? Triggern? Ah, ne, ich habe eine Idee. Oh! Let's go! Neuer Rekord! Was mache ich hier? Ich glaube, darüber springt, schaffe ich nicht. Ah, ich kann hier einfach runter. Schaffe ich das da durch? Ich habe richtig Angst. Ah! Okay, es hat geklappt. What the fuck? Ganz langsam. Oh, yeah! That's it, Mann! Ah, die Jumps sind easy, Digga. Ich habe ja nicht umsonst zwölf Jahre meines Lebens mit Fortnite verschwendet. Nur für diesen Moment. Nur für diesen Moment! Ah! Nani? Oh! Digga, das ist echt nicht einfach, ne? Oh, boy! Ich habe richtig Angst. Was mache ich? Ah! Ich habe es, Digga! Let's go! Oh! Was ist hier los? Kann man einfach skippen? Habe ich einen Skip gefunden? Ich habe einen Skip gefunden. Räuern da! Oh! Ich bin weit! Ich bin richtig weit. Das ist kein Problem. Einfach raufspringen. Oh! Ja, die Leute draußen müssen auch denken, ich habe einen Gehirnschaden oder so, ne? Okay. Ich bin's, der echte Digga. Let's go! Oh mein Gott! Ja! Ich bin richtig weit. Wenn ich jetzt sterbe, ich bin so... Ich weine so hart. Digga, da kann man skippen, oder? Ich will, aber ich mache nicht. Ich mache ganz normal. Wie jeder andere Mensch auch. Ich bin ein normaler Mensch. Kann jetzt mal irgendwie wieder ein Skip kommen, Digga? Ich glaube, wenn die Fische mich treffen, bin ich auch RIP, oder? Durchrushen! Ich habe Angst! Oh mein Gott! Ich höre was. Das ist nicht gut. Oh! Habt ihr gesehen? Da war der Checkpoint, Digga. Ich habe die Kugel des Lebens in meinen Kopf bekommen. Hier schießt ein Kanon, aber ich weiß nicht wie. Ich habe ihn! Checkpoint! Ich habe Angst! Ey! Ich habe ein Checkpoint! Ich bin richtig weit! Die schießen mit Kugeln auf mich. Bruder, beruhig dich, okay? Wo muss ich hin? Oh, okay. I see it. Die gehen runter! Bruder, ich muss los. Okay, wir müssen jetzt warten, bis die hochkommen. Digga, nicht dein Ernst. Egal, wir haben ein Checkpoint. Ich habe das Game gleich durchgespielt, glaube ich. Let's go! Oh mein Gott! Die hätten mich als Sounddings einstellen müssen, Digga. Wir schaffen das. Warum fliege ich so hoch? Bruder! Digga, das ist doch Verarsche gewesen. Ach man, so ein Schmutz-Game, Mann. Unser Durchschnitt geht höher, Freunde. Nur 14 Mal gestorben in 14 Minuten. Eben war das noch 12 Mal gestorben in 10 Minuten. Wir werden besser. Und wir werden stärker. Denn wir sind die Stärksten auf dieser Welt. No stop, Rashbi! Neo, jump sein Onkel! Was mache ich da? Was mache ich da? Was mache ich da? Nein! Ich bin der dümmste B**** auf dieser Welt. Aber egal, wir haben ein Checkpoint, Mann. Wie kann sowas passieren? Das passiert, wenn ein Spiel 1,60 Euro kostet auf Steam. Halt deine Fresse, mach irgendwas anderes an. Okay, entspannt, Digga. Kurz Mexicano gewonnen. Rashbi, no stop! Hä? Digga, was ist das, Mann? Okay, ich mache jetzt mal ernst, Digga. Ich habe nur Spaß gemacht, damit wir auf 10 Minuten kommen. Ach, Aim-Dreh ist am Start. Savepoint ist am safesten von seinen safesten. Ich gehe jetzt mal ganz links. Vielleicht falle ich da nicht gleich einfach random runter. So ein Ding ist das. Der Wilde. Ich habe... Nein, 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 nein. Ich wollte da wieder auf ungeduldig Dreh Irgendwelche Sachen machen. Oh! Okay, let's go. Aber das ist nicht schwer. Warum mache ich hier einen auf den? Guck mal, das fällt auch viel langsamer, das Ding. Hier hat man viel mehr Zeit. Guck mal. Ich muss es probieren, Freunde. Ob es einen Skip gibt. Ich muss es probieren. Warum mache ich das, Mann? Warum mache ich das? Warum muss ich so behindert in meinem Kopf sein? Okay, wir warten den Fisch ab. Mit dem Fisch. Hashtag mit dem Fisch. Einfach durchzwiebeln. Gar nicht überlegen. Die Welt ist zu schade zum Überlegen. Erfolge Deep Around Spruch. Ich lebe! Digga, ich habe voll viel geskippt. Was mache ich jetzt? Ich brauche die andere Musik. Ich kann nicht anders. Ich brauche die andere Musik. Das ist mein Sound, Digga. Runde 500. Das war, glaube ich, zu spät, oder? Ich habe den Momentum Jump perfekt ausgenutzt. Wir sind wieder am Start. Hier geht es wieder wild zur Sache. Fische fliegen in den Club. Durch den Club, meine ich. Die Fische können einen, glaube ich, gar nicht treffen. Die sind einfach nur Troll. Die Musik triggert mich richtig hart. Das ist mein Wipe. Die motiviert einen voll. Okay, hier müssen wir schnell sein. Sobald die Kanonenkugel weg explodiert, nächste. Okay, das ist wild. Jetzt verstehe ich das Level nicht ganz. Aber wir benutzen es zu unserem Vorteil. Let's go, Mann. Das ist eigentlich Free Level, Digga. Wie habe ich hier verkackt? Bruder. Ich muss los. Ich bin an der Tür gestorben. Hä? Ich weiß, was ich gemacht habe. Ich habe aus Versehen G gedrückt. Ich habe G gedrückt, weil man in Fortnite... Ich öffne meine Tür in Fortnite mit G. Wenn die Nase juckt, heißt es, ich werde reich. Und wir wollen nicht reich werden. Ich habe ihn getroffen, Digga. Was ist los? Oh, nein. Jetzt kommt das wieder. Kurzer Skip. Hallo. Ich bin's. Hallo. Ach du. Bruder, geh da jetzt rauf. Das muss ich jetzt hier Neo Jump um Ecke machen, oder was? Oh. Oh. Okay, jetzt drücken wir kein G, weil wir die Tür öffnen wollen. Digga, das ist der einfachste Weg hier. Da muss man einfach nur kurz einmal springen. Einmal kurz springen. Kurz springen. Das war's. Gar nichts drücken, wahrscheinlich. Ja. Oh mein Gott, ich bin fast in die falsche Tür, aber da war noch ein Pfeil. Daumen nach oben. Gerne einen Daumen nach oben lassen bei dem Video. Wir sind das Zweite. Sie weit... Oh mein Gott, was ist hier los? Ah. Okay. Ich glaube, wir sind... Wir haben... Haben wir durchgespielt? Ach nee. Ach nee. Ach, da geht das runter, Mann. Okay, let's go. Das ist nicht schwer. Das ist nicht schwer. Wirklich nicht. Hier kann man nicht verkacken eigentlich. Tür. Und Daumen nach oben links. Ja, easy. Die Schweine, Digga. Und die Odomans, die skippe ich auch kurz. Easy Jump. Jetzt weiß ich nicht. Gehen die Böden hinter mir weg, oder was? Das heißt, ich muss jetzt direkt springen. Oh. Bitte. Ja. Ja. Kurz Stinks bei einer Tor geschossen. Okay, wir sind richtig gut dabei. Wir sind richtig gut dabei. Oh, da kommt der Deathrun-Profi aus mir raus. Ah, shit, man. Direkt Karma kassiert. Digga, ich bin zu dumm für das Level. Ich schaff den Jump nicht. Die Steuerung ist halt auch eklig in dem Spiel. Bin ich ehrlich? Ah, oh mein Gott. Yo, what? Wohin? Oh mein Gott! Wohin jetzt? Rüber aufs Dach? Digga, ich werde einfach kaputt gesägt von dem Ding dann. Ja! Ich bin weit! Auf das Ding da rauf und dann muss ich da auch noch rüber springen. Okay, machen wir First Try. Ja, wir haben es ehrlich First Try gemacht, Digga! Ich bin so weit wie noch nie in meinem Leben irgendwo gewesen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Wenn ich da raufgehe... Okay. Das sollte passen. Ich weiß nicht, ob ich da so raufkomme. Ja, Mann. Hey, da brauchen wir den doch gar nicht. Auf geht's! Okay. Auch kein Problem. Oh mein Gott! Oh, ich bin fast weggehauen worden. Digga, ich bin todesweit. Ich habe so Angst wie noch nie in meinem Leben. Oh mein... Nee, bitte nicht, Digga. Irgendwelche Sägeblätter, die mich verfolgen. Neo-Jump! Oh mein Gott! Lauf, André, bitte um dein Leben! Bro, du hast noch nie so viel erreicht in deinem Leben wie jetzt gerade. Ich habe es! Ich wurde nicht kaputt gesägt. Ich glaube, ich habe es durchgespielt. Bitte, bitte, bitte. Prediction-Boss! Ich will nicht mehr! Kann man auf das Dach jumpen? Ich mache keinen Skip. André, du machst keinen Skip. Du spielst das Spiel ganz normal durch, wie jeder andere auch. Du machst keinen Skip. Ich mache das schon Speedrun-Level gerade. Alles. Okay. Man sagt gar nichts dazu. Fufu hat recht. Man sagt einfach gar nichts dazu. Ich glaube, das Sägeblatt darf uns gar nicht irritieren. Das killt uns eh nicht. Aber jetzt muss ich raufspringen. Die ungedulde Slebes hilft mir gerade. Nein. Nein. Bitte. Lande da drauf und chill. Lande da drauf und chill. Ich habe überlebt. Nein. Ey, bitte nicht wieder gleich. Bitte nicht wieder wie eben. Ey, ich habe überlebt. Da bin ich mit zufrieden. Da bin ich ganz komplett mit zufrieden. Bin ich ehrlich zu euch, Freunde. Manchmal ist das Leben so. Man sollte nicht meckern. Wieso bin ich zu dumm für das Level? Hier bin ich safe. Hier bin ich safe. Safe. Und muss ich danach nochmal rüber? Okay, habe ich, habe ich, habe ich. Oh yeah. That's it, Bro. That's it. Warum ist da so eine Wippe? Die Wippe... Oh! Die Wippe interessiert mich gerade ein bisschen. Damit kann ich alles skippen. Guck mal. Soll ich es probieren, Freunde? Ihr dürft entscheiden. Das ist der letzte Try. Wenn ich das verkacke bin, ich fülle immer raus. Ich probiere es. Ich lebe. Ich bin unsterblich, Digga. Ich habe Gottmuth Cheatcode eingegeben, wie in GTA. Nach oben, unten, links, rechts. Dreieck, vier, Kreis, R3, 2, 3. Das ist ein guter Start. Let's go! Ah! Nein, bitte, bitte, bitte. Was ist passiert? Ich lebe noch! Oh! Digga! Wie viel Glück habe ich gerade? Jetzt ist ein guter Start. Ich überspringe direkt beide. Ich muss hinter mich gucken. Nein, 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 nein. Das war so dumm. Das war so dumm.